Mit dem Projekt Berner Oberland West gemeinsam digital bündeln die Tourismusorganisationen Gstaad Sahnenland Tourismus, Tourismus Adelboden Lenk Kandersteg und Lenk Simmental Tourismus bei der Digitalisierung ihre Kräfte. Sie stimmen die Konzeption und die Umsetzung ihrer Aktivitäten untereinander und mit den Leistungspartnern wie Hotelbetriebe, Bergbahnen und Skischulen ab. Dabei steht der Gast vor, während und nach seinem Aufenthalt der Customer Journey im Mittelpunkt. Vor zwei Jahren wurde das Vorhaben gestartet. Über die nächsten Jahre wird die Zusammenarbeit Schritt für Schritt weiter konkretisiert. Die drei Tourismusorganisationen nutzen die gleichen Technologieplattformen. Dadurch entstehen Verbundvorteile. So zum Beispiel bei der Beschaffung, bei der Einführung und beim Betrieb der Systeme, beim Personaleinsatz und beim Datenschutz. Die Inhalte der Webseiten der Tourismusorganisationen sind gästespezifisch und von hoher Qualität. Die mit der digitalen Gästekarte ausgespielten Angebote und Erlebnisse entsprechen den Bedürfnissen des Gastes. Ein Marketing nach Gästesegmenten ist möglich. Durch Schnittstellen zu den Technologieplattformen profitieren auch die Leistungspartner davon. Die digitale Gästekarte wird für Sie zu einer Vermarktungsplattform und Sie können die Vorteile eines destinationsübergreifenden Content-Managements nutzen. Eine Customer Journey sieht beispielsweise folgendermaßen aus. Der potenzielle Gast informiert sich auf den Webseiten der Tourismusorganisation und der Leistungspartner über konkrete Angebote. Grundlage für die drei Destinationswebseiten bildet der gemeinsame Content Hub. Dank einer Customer Data Plattform entsprechen die Inhalte der Webseiten den Präferenzen des Gastes. Die Buchung erfolgt auf den Systemen der Tourismusorganisation oder der Leistungspartner. Soweit vom Gast erlaubt, werden seine Daten im Customer Relationship Management gespeichert. Digitale Berührungspunkte bestätigen dem Gast, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Mittels eines Online-Check-Ins werden die relevanten Gästedaten fürs elektronische Meldewesen und für die digitale Gästekarte erfasst. Da sie pro Destination und Leistungspartner getrennt verwaltet werden, sind die Vorgaben des Datenschutzgesetzes erfüllt. Der Gast erhält mit dem digitalen Reisebegleiter einen Schlüssel zu Angeboten, die seinen Erwartungen entsprechen. Der Aufenthalt wird dadurch zum Erlebnis. Zurück im Alltag wird der Gast gebeten, seinen Aufenthalt zu bewerten. Zudem erhält er Informationen, die seinem Gästeprofil entsprechen und ihn zu einer baldigen Rückkehr motivieren. Wir sind bereit für die Realisierung von Berner Oberland West gemeinsam digital. Fortsetzung folgt.